hallo youtuber hallo handwerker ja heute kommt die folge mit der vorsatzschalen wand wie mache ich das wie funktioniert das ich habe euch schon gezeigt dass sie erst die groben arbeiten machen müsst die duschtasse wo die hin soll welchen abstand die von der wand braucht um den siphon richtig zu montieren das ist sehr wichtig dass ihr das als erstes macht weil sonst läuft alles aus dem ruder man muss da einen gewissen plan einhalten so dass ihr wisst die sachen die kann man nicht mehr im anschluss verändern das muss vorher sitzen also das heißt die duschtasse ist natürlich jetzt noch nicht montiert das wird erst gemacht wenn alles fertig ist soweit also das heißt die die groben sachen der rigips vorsatzschale und so was dann kann das gemacht werden ja heute zeige ich euch halt wie gesagt wie man eine vorsatzschalen wand stellt es gibt verschiedene möglichkeiten die man das machen kann man kann es mit 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 50er profilen man kann es mit 75 aber man kann es mit hunderter ich mache es mit decken c warum mache ich es mit decken c ihr werdet anschließend sehen also das steht in keinem nach im gegenteil das wird wahrscheinlich sogar noch fester als wenn man ein dickes profil nimmt in ua oder sonstiges braucht man alles nicht ist blödsinn erstens weil die fläche gefließt wird dann ist es sowieso total ausgesteift und weil ich halt noch versteifung nach hinten zur wand mache und dann ist es noch mal steifer als steif und ja das wollte ich euch heute zeigen wie in dem video mit der mit der duschtasse ihr müsst halt wissen wie tief kommt die vorsatzschale raus das heißt hier habe ich das maß ganz einfach festgelegt durch den spiegelschrank der hier kommt der wird integriert in die vorsatzschale so dass man praktisch nur noch den spiegel sieht mit der led beleuchtung rum rum kennt ihr und hier sind halt die fächer in der dusche hier ist die dusche dass hier zwei fächer entstehen wo man durch zeug und haarwaschmittel und weiß der henker was da alles rein kommt ist euch überlassen wie man sowas baut ja wie gesagt die duschtasse habe ich ja vorher angerissen auch mal hingelegt der siphon ist montiert habe ich jetzt aber wieder demontiert damit auch nichts dran kommt ich bin jetzt hier mit einem maß ich muss ab und zu mal aus dem bild verschwinden mit einem maß von bis zur duschtasse von 15,8 15,8 heißt ist die außenkante fertig beplankt regips jetzt muss ich ja daran denken dass ja auf die beplankung auch noch also auf die konstruktion auch noch liebst drauf kommt das heißt ich muss zurückspringen je nachdem was ihr für eine beplankung drauf macht also hier kommt zweimal gkb drauf und dementsprechend müsst ihr 2,5 cm zurückspringen damit ja die platte vorne bündig ist mit der duschtasse in meinem fall wie es bei euch aussieht kann auch anders aussehen aber ich will euch ja den weg zu zeigen wie man da hin kommt wie man es macht gut als erstes habe ich mir jetzt halt die die das maß rüber geholt hier ist das in meinem fall 14,5 cm ihr solltet vorher überprüfen ist der raum rechtwinklig wenn ja können die einfach von der wand halt das maß auf dem boden zeichnen oder halt ihr müsst vorher gucken wenn es nicht rechtwinklig ist bis zum maß wann es rechtwinklig ist das kann man mit einem winkel überprüfen das kann man mit einem laser überprüfen da gibt es viele möglichkeiten ja mein maß habe ich jetzt ich gehe jetzt mal kurz runter stellen mein laser ein ich habe halt meinen laser den ihr auch schon aus meinen videos kennt mit dem kann ich wände anzeichnen mit dem kann ich eigentlich alles machen rechte winkel überprüfen decken wände und einfacher geht es gar nicht sonst müsstet ihr jedes mal mit der wasserwaage rumlaufen und genau gucken so ihr seht jetzt ich habe jetzt hier mein maß und wird jetzt die die rote linie einmal mit strichen überzeichnen ich mache es halt immer mit bleistift gehe einmal an der linie so alle 50 cm 60 70 wie ihr wollt und mache mir einen kleinen strich warum mache ich das weil wenn ich den laser jetzt anlasse und setzte dann mein profil dagegen dann blendet dieses profil in dem licht von dem laser dabei vielleicht noch ganz kurz gesagt die frage kommt auch immer durch warum nimmst du einen roten laser warum keinen grünen grün ist doch viel besser also ich finde genau das gegenteil grüne hatte ich schon r1 laser von bosch und 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 das ist dann der laser 1 und der grüne ist für mich persönlich sehr sehr aggressiv ich habe da ein paar mal rein geguckt mir fangen die augen an zu tränen ich kriege nebel auf den augen ich kriege kopfschmerzen und deswegen der rote weil es lässt sich nicht vermeiden in den laser rein zu gucken das passiert einfach ab und zu beim wecker ausrichten oder beim wand machen oder egal was und wenn man dann in den laser rein guckt sollte es nicht so gefährlich sein dass einem die augen tränen und ich bin mit dem grünen halt gar nicht zurecht gekommen deswegen benutze ich nur ausschließlich rot wenn die frage kommt halt von euch ja rot 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 ist doch alt nein ist nicht alt und ich habe mich auch eines besseren belehren lassen dass manche augen grün besser sehen und manche augen rot besser sehen ich habe wahrscheinlich dass ich rot besser sehe keine ahnung aber der grüne ist auch nicht schlecht keine frage aber für mich zu aggressiv deswegen nehme ich den roten damit die frage auch beantwortet ist ja dann zeichne ich jetzt mal überall an und dann geht es weiter dass wir die profile montieren überall mit leicht ist die linie angezeichnet mache dann den laser wieder aus hat dann auch den vorteil wenn man dann bohrt wird der laser nicht versaut weil dann ist er voll mit staub so habe ich jetzt genau meinen grauen bleistift strich kann genau mein profil anhalten und das montieren wir machen auf jeden fall am besten so mache ich es einmal komplett rum das ganze profil das 30 oder ihr könnt halt wie gesagt 50 75 100 nehmen ist egal ich mache es mit dem 30 einmal komplett rund rum jetzt seht ihr auch dass hier überall noch steckdosen drin sind das ist direkt ein vorteil weil ich hinter der vorsatzschale direkt kabel verlegen kann so dahin wo ich wo ich es haben möchte die steckdosen könnt ihr theoretisch entweder abklemmen und dann war klemmen drauf und stilllegen oder halt weil weil die vorsatzschalen wieder vorkommt wird ja noch abgedichtet also da kommt kein wasser dran gar nichts da kann nichts passieren dann passt das auch oder ihr holt euch ein elektriker der der euch das fachmännisch abklemmt so dass dahinter alles tot ist aber wenn die vorsatzschale davor steht und die ist abgedichtet mit der flüssig folie kommt keine feuchtigkeit keine nässe kein wasser gar nichts dran von daher können die auch drin bleiben und ich kann dann noch nachher abzweigungen machen weil ich hier unten eine steckdose haben will und dafür ist das okay aber wie gesagt einmal ringsherum erstmal euren rahmen bauen dass man eine substanz hat und dann gehen wir an die fächer auch schon dran weil die kommen vor allem anderen dann noch was an dem anschluss passieren würde alles klar ich montiere das mal und lasse gleich auch dabei ein bisschen die kamera laufen ja jetzt fange ich an die montage von den u30 profil dann kommt wahrscheinlich wieder von euch die frage dirk was ist mit dämmung hinter dem profil also wenn es ein mehrfamilienhaus ist wenn jetzt nachbarn gegenüber sind oder oben drüber oder unten drunter dann würde ich auf jeden fall ein dämmstreifen hinter das profil machen gar keine frage dann habt ihr eine dämmung schallschutz dann ist das okay hier das ist ein einfamilienhaus halt mein privates und da mache ich keine dämmung die spare ich mir bei uns sind nur hier die leute die aus der familie sind im haus und dann ist das okay ihr könnt dämmung hinter kleben einmal ringsherum dann auch verwendet also ich nehme dafür zum dübeln die schlag dübel die kennt ihr auch schon das sind jetzt hier die 40 mm es kommt immer darauf an was ihr für den untergrund habt müsst ihr dann ausprobieren wenn ihr das erste loch gebohrt habt und setzt den dübel ob die richtig packen oder ob es zu lose ist dann müsst ihr halt euch die richtigen dübel holen da lasst ihr euch dann am besten beraten oder guckt bei fischer auf der homepage da ist dann für jeweiliges mauerwerk immer der richtige dübel und damit ihr darauf sicherer seite seid dass er auch richtig packt an kriegt und dass das ganze auch hält wie gesagt hier nämlich jetzt die 40er schlag dübel und fangen einfach an mit einem profil habe ich mir alle gemessen halte die dann natürlich auf maß ganz wichtig ihr solltet natürlich auch wissen wo laufen irgendwelche leitungen wasser ist ganz wichtig strom ist natürlich auch sehr wichtig aber wasser das kann schon großer schaden geben und deswegen solltet ihr vielleicht wenn ihr das habt mit einem detektor einmal kurz die fläche abgehen und gucken ist da irgendwas hinter strom oder wasser so ein detektor ist eigentlich eine sehr gute sache also ich habe mir auch eingeholt nachdem ich mal irgendwann in ein wasserrohr reingebohrt habe wo eigentlich gar kein sein durfte sollte und deswegen habe ich so ein detektor vorher einmal überprüfen und dann seid ihr auf der sicheren seite so wir bohren setzen den dübel ich mache es ja wie immer mit der bohrmaschine und fertig jetzt kommt wieder die frage oder wie machst du das wie kann das sein ja ganz einfach den dübel setzen mit dem bohrer drauf und fällig ein ganz normaler sds bohrer ist das und anstatt dann mit dem hammer mache ich die mit der bohrmaschine rein zehnmal schneller also bei mir packen sie super ich setze dann so alle 50 60 70 zentimeter so ein dübel und dann passt das schön auf maß also es geht eigentlich ganz einfach also wie ihr seht ganz normaler sds der geht auch nicht kaputt ganz normaler schlag dübel hinten rein der nachteil ist dann ist natürlich das kreuz kaputt das ist dann rund aber das ist nur dann interessant wenn ihr noch mal was demontieren müssen ob ihr es so abreißt und rausschraubt oder ob ihr dann wirklich mit einem hammer einmal rein haut das weghebelt so dass der dübel rauskommt ist überhaupt wie gesprungen da diese vorsatzschale jetzt einmal gebaut wird die bleibt drin wahrscheinlich in 20 jahren noch und deswegen kann man das einfach so machen gut ich mache jetzt alles komplett einmal fest und dann gehen wir ins nächste kapitel ja freunde ich habe jetzt hier den rahmen fertig gedübelt dann habe ich jetzt hier eine einteilung gemacht diese einteilung ist absolut euch überlassen es kommt immer darauf an wenn ihr jetzt zum beispiel einen normalen spiegelschrank habt was heißt normaler ihr kauft euch einen spiegelschrank dahinter ist ein korpus der korpus ist halt aus holz aus metall wie auch immer und den wollen wir jetzt integrieren dann müsst ihr halt wissen wie tief ist der also ihr müsst dann vorher gucken mit der duschtasse das muss alles harmonieren also unser spiegelschrank hat jetzt eine tiefe von 100 millimeter zehn zentimeter ich habe hier halt genug platz ich habe jetzt 16 zentimeter platz das heißt also der muss mindestens zehn zentimeter nach hinten rein können damit er vorne bündig wird die aufteilung wie ihr das macht ist wirklich absolut euch überlassen das kann ich euch nicht vorschreiben also das müsst ihr selber wissen ich habe jetzt hier zum beispiel eingezeichnet zwei nischen versetzt das heißt zehn zentimeter von der rechten wand zehn zentimeter von der duschabtrennung entschuldigung zehn zentimeter von der duschabtrennung aus glas also habe ich mir das eingezeichnet habe dann hier mittelsteg gelassen auch von zehn zentimeter und ihr müsst halt immer ein rechnen das halt das profil was hier drauf kommt zeige ich euch gleich plus die platte die noch drauf kommt also ihr könnt euch das einteilen wie ihr wollt ihr könnt hier oben eine nische machen da unten eine große von 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 30 mal 60 ihr könnt sagen so ich habe den platz ich mache 60 mal meter und könnt dann noch einen zwischenboden rein machen aber ich mache es halt alles aus regips die vorderfront und die unterteilung halt aus regips und die nischen könnt ihr euch frei anter setzen also ich habe jetzt hier wie gesagt eine links eine rechts hier sind jetzt so viele striche an der wand muss ich selber überlegen welche waren denn jetzt die richtigen und ich kann euch nur dazu raten also zum beispiel der spiegelschrank von mir hat ein maß von 1 meter 5 x 64 die höhe vom boden ist bei 1 meter 15 festgelegt das ist so ein so ein standard maß was man eigentlich auch nehmen sollte oder kann ist euch überlassen ob ihr das macht also meiner geht vom boden bis zur kante spiegelschrank 1 meter 15 und dann 64 cm hoch und hat halt eine breite von diesen 1 meter 5 dieses maß wenn ihr sowas macht muss aber wirklich 100 prozent eingehalten werden weil wenn ihr jetzt diese nische macht dann muss dieser spiegelschrank da reinpassen ihr könnt nicht im nachhinein dann noch da was wegnehmen und messt am besten zehn mal ist nicht übertrieben messt zehn mal nach ob es dann auch passt ihr könnt euch auch anschließend dann ein stück regips nehmen oder gibt es gips karton regips ist eine eigene firma aber man ist man sagt als regips also gibt es karton und könnt euch das hier rein halten und dann noch mal messen und es ist eigentlich wenn man es weiß relativ einfach wenn ihr dieses u30 habt weil ich würde mich mal so ihr habt jetzt hier dieses u30 wenn jetzt hier dieser spiegelschrank reinkommt ihr habt euch die bemaßung gemacht wird einfach an die wand hier an die wand in u30 dran geschraubt ringsrum und das ist halt eure euer träger profil für den gips karton der nachher hier drauf geschraubt wird die vor also wenn das fest ist die vordere mache ich ja aus decken c und setzte das decken c genau parallel zu dem an der wand und messe mir das von der wand und vom boden ihr könnt auch von der decke messen ist egal aber ihr müsst euch dann einen fixpunkt machen und das machen wir jetzt gleich so dass ihr seht wie man es wie ich es mache wie ihr es dann nachbauen könnt also ich schneide mir jetzt erstmal hier ein paar profile die können ruhig länger sein weil die decken c nachher mit diesem profil verbunden werden so dass das ausgesteift ist wie gesagt das zeige ich euch jetzt gleich ich schneide schon mal ein paar vor und dann geht es weiter so ich habe jetzt zwei profile vorgeschnitten die habe ich jetzt auf 1,50 m gemacht habe mir das ja genau angezeichnet muss so berechnet werden dass innen noch eine gips karton platte drauf geschraubt wird ich lasse jetzt einfach mal kamera laufen ich weiß das gibt ihr dann lange sonst abend oder überhaupt ein abend damit ihr das wisst wie es geht also die längeren beziehungsweise die senkrechten lassen wir länger weil halt hier nachher das decken c mit diesem profil an der wand verbunden wird und dann ist das decken c komplett ausgesteift nach vorne und nach hinten und das gibt eine unwahrscheinliche festigkeit und das wollen wir ja erreichen gut ich mache die jetzt mal fest hier ihr könnt wieder bisschen zugucken oder vorspulen wie gesagt vorher gucken detektor ist da was hinter oder nicht sonst bei dem badezimmer laufen immer roh oder ihr wisst halt wo sie laufen man ziele so genau auf die linie da ist nichts mehr hammer alles mit bohrer ihr könnt auch mal so ein bisschen schräg bohren nicht immer gerade weil das wenn der dübel schräg ist dann ist er ja auch noch mal auf zug gesichert dann ist es noch geringer dass sich mal so ein dübel löst oder so ein profil ich habe hier im bims mauerwerk und das ist eigentlich schon mit den dübeln super fest was heißt eigentlich es ist super fest wir setzen auch ruhig ein zwei mehr auf die patient kommt es nicht an das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen seite ich weiß nicht können nämlich dann auch sehen da sieht man auch schon wie krumm die wand vorher ist hier weil es profil hat luft dahinter aber macht jetzt uns natürlich überhaupt nichts weil wir setzen ja eine komplette sand davor aber wichtig ist halt erst an der wand die profile dran machen und wenn man so eine akku bohrmaschine ist das natürlich ideal dann hat man nichts mit kabeln zu tun oder sonstiges ich habe das jetzt noch nicht fertig aber mache ich gleich so und jetzt setzen wir hier zwischen oberhalb unterhalb auch das profil dass ein kompletter rahmen entsteht und das gleiche machen wir bei den nische in der dusche auch genau das gleiche prinzip auch einmal den rahmen die senkrechten wieder länger lassen so dass wir unser decken c nachher damit verbinden können gut ich bereite das vor jetzt habe ich hier soweit die profile dran jetzt kann man auch schon ein bisschen was erkennen ich gehe mal auf seite also hier ergeben die nischen und hier das ist für den spiegelschrank und das ist jetzt genau so wie wir das haben möchten was ist jetzt zu sagen also ihr messt euch das ein wie ihr das haben wollt an die wand und macht dann halt jeweils immer dieses u30 an die wand bedenkt dass hier noch eine platte drauf kommt die habe ich jetzt länger gelassen wie gesagt das gibt unsere aussteifung nachher das decken c seht ihr gleich die stelle ich dann schon mal rein hier diese waagerechten u30 lasst ihr hier luft zu den profilen also mindestens anderthalb zentimeter weil ja hier unsere platte rein kommt hier wird die ja rein geschoben das heißt die muss ja bis zur wand gehen und wenn die bis zur wand gegangen ist wird die hier verschraubt dann haben wir gleichzeitig unsere laibung der jeweiligen nischen das ergibt ja unsere laibung und wir haben auch gleichzeitig mit dem decken c unsere aussteifung das decken c wird mit dieser platte verschraubt und ist dann gegen zug und druck absolut stabil und total fest also wenn dann alle 7 8 cm eine schraube reingemacht wird dann ist das so starr so fest da braucht ihr euch absolut keine gedanken zu machen was passiert jetzt noch an dieser wand also wie gesagt ihr könnt wenn ihr wollt hinter die profile eine dämmung machen so dass ein schallschutz gegeben ist ich mache es hier nicht weil es in einem familienhaus dahinter ist nichts da haben wir mit schall nicht viel zu tun und das haus ist eigentlich auch gut gedämmt oder man hört kaum was dann müsst ihr natürlich vorher überlegen wo wollt ihr strom hin haben das heißt der spiegelschrank der braucht strom dann gehe ich hier oben von der alten dose legt mir strom mit in die vorsatzschale so dass ich den spiegelschrank anklemmen kann ihr müsst natürlich vorher wissen wo ist der strom für den spiegelschrank wo ist der anschluss dafür so dass ihr das kabel dann auch da an diese stelle hinlegen könnt luft genug überall habt ihr ja dann kommen hier zum beispiel in diese vorsatzschale jetzt noch dicke balken mit rein jeweils rechts und links links wo das becken hinkommt damit ich auch anschließend winkel hier kommen nur so so holz bretter also so baumrinde so bretter seht ihr auch wenn wir so weit sind also ein eiche bretter kein unterschrank sondern eiche bretter und dafür muss ich winkel montieren damit die aufliegen können und deswegen kommen hier noch dicke balken rein die wasseranschlüsse jeweils fürs becken müssen dementsprechend verlängert werden nach vorne geholt werden da gibt es redu stücke die können die aufeinander schrauben je nachdem wie lange ihr es braucht da können so lange wie ihr wollt machen das gleiche gilt natürlich auch für den abfluss dass ich den abfluss vorhole aus der vorsatzschale herausführe aus den regipsplatten das sind also sachen die man vorher bedenken muss deswegen wird wahrscheinlich auch das video ein bisschen länger aber was nützt also entweder wir machen es richtig oder wir machen es gar nicht und wie gesagt besser ist es dann auch alles detailliert zu erklären also wichtig wie gesagt die luft hier lassen damit die platte durch kommt wenn das profil montiert habt gedübelt habt ihr müsst dann erst abschneiden geht auch mit der flex wenn ihr es vergessen haben solltet aber so ist natürlich besser wenn man es vorher weiß die stücke habe ich jetzt alle ein meter fünfzig gelassen die senkrechten damit auch ein gutes stück regips dahin kann um die aussteifung richtig hin zu bekommen das gleiche habe ich rechts auch gemacht dann jeweils an den langen hier müssen auch noch profile rein die werden dann abgehangen als brücke muss ja noch ein profil hier hin aber das alles später also soweit sind wir schon mal ja freunde jetzt sieht man schon langsam wo draus hinausläuft ich habe jetzt hier schon die längsten decken c eingestellt hier ist unser profil an der wand das decken c dann jeweils mit der innenleitung der fläche wo dann die öffnung sein soll bündig stellen und das habe ich jetzt wie gesagt schon an vier stellen gemacht das sind die längsten profile die rein kommen wie ihr seht und die werden jetzt mit dem winkel in flucht gebracht mit diesem wand profil dann stehen die hundertprozentig dann machen wir die platte rein aber wie gesagt ich will die details zeigen dass ihr das schon ein bisschen seht ich schaue mal die kamera ran damit ihr das jetzt mal von nahen seht nicht immer vom weiten so guckt mal so hier haben wir jetzt das profil an der wand das decken c steht davor wir holen das parallel rüber da auch da auch und dann können wir eigentlich schon die aussteifung rein schrauben dann ist ja logisch also hier ist jetzt das was wir brauchen hier kommt die platte drauf hier kommt die platte drauf holen das in den rechten winkel und dann haben wir die aussteifung jetzt ein neuer tag für mich ein neues glück die ständer die decken c haben wir jetzt stehen jetzt habe ich mir hier vorgeschnitten einfach streifen ihr könnt auch reste nehmen wenn ihr wollt das heißt irgendwelche abschnitte die aber mindestens also so mache ich es die mindestens fünf zentimeter dann über die decken c oder profile 50er 75 100 vorstehen also mindestens fünf zentimeter damit man die auch schön brechen kann damit man nicht rum schneiden muss mit messer oder sowas wir beplanten natürlich die innenseite der jeweiligen öffnungen das heißt hier mache ich jetzt als erstes damit ihr das auch gut sehen könnt die spiegelschrank seite das ist also wie gesagt gleichzeitig unsere laibung vom spiegelschrank und der rest ergibt sich auch dadurch ihr könnt wenn ihr wollt die seiten einmal über hobeln damit die glatt an der wand anliegen aber wenn die wand puckelig ist oder so bringt euch das nix also braucht das auch nicht anschleifen mit einem sofort so dafür ist jetzt diese lücke die ich gelassen habe vorne damit man diese platte halt bis zur wand durch schieben kann beteiligt einfach ein bisschen willkürlich auf und schrauben dann so alle acht bis zehn zentimeter schrauben eine schraube rein weil die müssen ja auch ziemlich was halten druck aufnehmen und zug aufnehmen ich schraube das mal gerade hier fest damit ihr das nachher auch noch mal gut sehen könnt und so kann man sich halt wirklich alles zurecht basteln dafür ist natürlich der gipskarton absolut ideal dass man da was basteln kann wie man es gerade will so das reicht schon so und das ist er jetzt schon total starr und fest an der wand voraussetzung natürlich das u an der wand ist auch dementsprechend fest dass sie die richtigen dübel genommen habt und dann ist das starr so das weitere vorgehen wir haben jetzt an der wand verschraubt wie kriege ich jetzt hier dieses profil einigermaßen dass das auch nachher in flucht ist ich nehme dann immer eine lange zwei meter wasser waage halte das so ziemlich drauf sehr jetzt ist keine luft hinter keine ausbeulung lot stimmt auch hundertprozentig dann nehme ich mir ein bleistift und mache vorsichtig ohne das zu profil zu verrücken hinten ein strich so und wenn ich jetzt von der seite in dieses u rein schraube dann kann ich gleichzeitig gucken ob der strich noch stimmt das mache ich jetzt mal also einfach gucken gegen drücken und stimmt hundertprozentig dann überprüfe ich noch mal ja kann man nicht meckern hätte jod gemacht spaß beiseite und wenn ihr die mittlere schraube habt also ich würde immer dann erst mitte machen so und jetzt ist das ja schon wieder ausgesteift auf den rest nach oben und den rest nach unten dann mache ich immer direkt oben eine schraube und unten eine schraube dann überprüfe ich wieder weil ihr denkt jetzt bestimmt ja das muss doch flattern ohne ende weil das ja nicht dick ist das profil tut es nicht also wenn das so macht einmal mittel einmal oben einmal unten dann jetzt ist das schon das profil schon so fest mit diesen drei schrauben dass ihr den rest am besten macht ihr es dann so wollen ihr seht das wahrscheinlich nicht so jetzt könnt ihr schon hinter der platte abschneiden umknicken und jetzt seht ihr genau auf der seite wo ihr schrauben müsst dann nehme ich immer den so formhubel ich habe gerade geguckt ob überhaupt mein mikro an ist und dann drücke ich immer mit der hand noch mal fest auf das profil und die platte dann verschraube ich und die frage kommt ja auch immer wieder habe ich auch schon tausend mal gesagt ja bei mir gehen die schrauben nicht so gut rein das ist der trick schnell bau schrauber trocken bau schrauber der hat jetzt 4000 umdrehungen akkuschrauber 1500 umdrehungen es fehlt einfach die umdrehungszahl so dass die schraube schnell reingesetzt werden kann und das ist der trick also einen kaufen nach der arbeit wieder verkaufen muss kein akku sein kann auch strombetrieben sein die kosten dann so um die 100 euro kann auch ruhig mal günstiger für 60 70 euro aus dem baumarkt sein wenn ihr nur zu hause für eine decke oder so dann lohnt sich das schon und anschließend wieder verkaufen so dieses prinzip mit dieser platte machen wir jetzt überall wo es notwendig ist die innenleitung zu kriegen das heißt ja auch an den kleinen fächern habe ich hier die platte hier die platte hier kommt nachher noch ein stück rein das ist die innenseite der der nische und oben genau das gleiche so das bereite ich jetzt mal vor und dann gucken wir uns das gleich mal zusammen andern wisst ihr auch wie das so weit geht alles klar ja was haben wir jetzt gemacht die innenleitung verbunden mit dem decken c das heißt ist komplett starr druckfest zog fest alles also stabiler geht nicht bei den kleinen fächern genauso jeweils die innenleitung geschraubt sieht man hier also das ist die innenleitung dieser nische das ist die innenleitung das ist die innenleitung und das ist die innenleitung jeweils an das u dran geschraubt und an den langen schon an dem c profil um das c profil hier zu verbinden da kann ja kein langes rein weil sonst würde ich mir ja selber durch die nische ein profil stellen geht also nicht also habe ich mir jetzt ein profil in decken c geschnitten auf die länge vom boden im u bis circa unterkante von dem deckel von der nische ich hole gleich noch mal die kamera ran dann kann man das besser sehen dann tun wir das oder tumor dann führen wir das in das u rein und jetzt die flucht hinzukriegen gibt es mehrere möglichkeiten ich habe ja auch mal gesagt dass man das komplett mit laser machen kann also mit der laser zieltafel dass man den laser aufstellt die laser zieltafel dran hält ans profil und dann kann man auch genau sehen wenn es in dem fadenkreuz drin ist verschrauben ich mache es aber jetzt ohne weil ich denke mal nicht jeder von euch hat ein laser oder holt sich extra laser dafür deswegen zeige ich mit der wasserwaage das profil habe ich jetzt rein gestellt dann nehmen wir uns wieder die zwei meter wasserwaage unten ist ja drin und vorher haben wir ja dass ich den rand gemacht also muss der band ja 100 prozentig stimmen oder zu 99 prozent halten oben jetzt gegen unser und dann gegen das c das setzt jetzt absolut parallel waage stimmt auch halten aber das profil fest drücken das gleichzeitig gegen die gipskartonplatte machen uns wieder unseren strich von mir aus komplett durch und können es jetzt ganz einfach damit verschrauben ich hoffe man sieht das auch alles einigermaßen und das ist verständlich erkläre ich lege das jetzt auf den strich von dem leichte strich das stimmt so jetzt mache ich hier aber nur eine schraube rein weil das profil ja nicht durch geht schneid mir die rückseite wieder ab so jetzt kann ich nämlich besser überprüfen ob das stimmt bevor es fest schraube ja es ist eine ganz schöne bastelei aber wenn die logik einigermaßen stimmt dann passt das so jetzt überprüfe ich das nochmal ob das becken c in der flucht stimmt ja nicht nicht so wirklich also muss ich sagen das passt nicht so ganz von der seite gucken ich will es ja nicht verschönigen deswegen also mir ist das jetzt ein bisschen verrutscht deswegen muss ich die schraube wieder raus holen wenn jetzt hier ein kleiner rand entsteht weil er jetzt noch ein bisschen vor müsst das ist das ist absolut egal also mir ist jetzt ein bisschen verrutscht ihr seht also mir passiert das auch so stimmt es hat sich jetzt nur um zwei millimeter gehandelt also nichts gravierendes aber weil hier gefließt wird soll es natürlich auch stimmen als brechen wir uns halb die arme hier neu gesetzt jetzt passt jetzt ist okay so ihr seht ich hole euch mal ran mit ihr das besser seht guck mal so also noch mal ganz kurz das ist die nische die wir haben wollen hier ist die innen leitung jetzt schon fertig auf der anderen seite das ist das kurze decken c was ich jetzt geschnitten habe ist unten drin hier die leitung ist also auch erledigt hier oben haben wir das gleiche hier ist wieder unsere nische da ist die nischen da ist die die seite der nische jetzt fehlt praktisch immer nur noch der deckel von beiden nischen oben unten hier haben wir das auch da wo der spiegelschrank rein soll und das können wir halt auch für alles machen also das könnt ihr für im wohnzimmer als als wohnzimmer wand könnte euch das gestalten und die bauweise ist genau die gleiche egal wie ihr euch das einteilt es funktioniert alles ich stelle das jetzt noch mal hin dann erkläre ich noch ein bisschen ich weiß es viel viel gerede hier aber geht halt nicht anders ein bisschen fixieren hat sonst nicht wegrutscht so also wie gesagt ist badezimmer hier zwischen muss ich jetzt noch eine usb da nehme ich wahrscheinlich zweimal 22 usb schneid mir die streifen oder wir schneiden uns dann die streifen weil hier kommt ja die glas trennwand auf die dusche also muss ja hier irgendwo pack an sein weil wir haben uns das ja genau angezeichnet und das müsst ihr natürlich zu hause auch also überall da wo anschließend was befestigt werden soll in eurer vorsatzschale egal ob badezimmer wohnzimmer kinderzimmer muss da wo ihr irgendwas befestigen wollt ein regal aufhängen oder so muss natürlich irgendwas hinter damit ihr pack an habt es gibt natürlich auch die regips dübel die halten bis 30 kilo mittlerweile einer aber mit der zeit lutscht das aus wenn man bewegung drin ist gibt der regips oder der der gips karton natürlich nach und dann wird es immer lockerer deswegen eine usb platte mache ich jetzt hier dahinter doppelt das reicht voll und ganz weil die dusche auch auf steht das heißt die ist eigentlich gar keine belastung drauf nur dass es hält und ja deswegen das ist eigentlich wichtig das weitere vorgehen ist hier jetzt genau das gleiche hier habe ich mir jetzt auch wieder in decken zegen schnitten das kommt oben ins und wird genauso befestigt wie das untere jetzt natürlich nicht zu lang dass es in eure nische reinguckt hier deswegen müssen wir die unterteilen und wenn hier beplankt wird steift sich das so dermaßen aus da kriegt er nichts mehr bewegt anders sieht es am spiegelschrank aus das ist ja ziemlich weit da müssen mindestens noch zwei profil rein dazu kommen wir aber später also die verschraube ich jetzt auch mal nehmen wir wieder meine zwei meter wasserwaage und wieder unten diesmal gegen zu weil oben bringt uns das ja nichts das stimmt auch wieder alles macht mir hier wieder meinen strich der ja ebenso viel gebracht hat so nimm wieder meinen schrauber wenn er jetzt jemand akkuschrauber arbeiten würde das ist fast gar nicht zu schaffen weil der halt nicht so schnell die schrauben da versenkt das stimmt dann schneide ich mir das jetzt wieder ab knick es ab und deswegen auch die fünf zentimeter weil einfacher geht es dann nicht scheiß auf die fünf zentimeter verschnitt hier war sie jetzt sogar ein bisschen breiter weil es von der von der platte im rest war aber so können das immer schön abknicken wenn es nur ein zentimeter habt kriegt das gar nicht abgeknickt dann müsst das abschneiden und das ist eigentlich ein ziemlicher aufwand so so jetzt sagen wir mal wir hätten das alles verschraubt und es ist fest wie ist das weitere vorgehen an der jetzt es gibt mehrere möglichkeiten jetzt diese fläche zu überbrücken hier das heißt hier haben wir jetzt ein meter fünf und das ist definitiv zu breit das einfachste ist man geht hin holt sich wo habe ich den winkel hier nimmt sich in winkel beziehungsweise ein fixpunkt wir machen uns jetzt hier ein fixpunkt hier hin damit wir einen messpunkt haben das ist für die obere nische hier ist für die untere nische und messen uns jetzt ganz einfach mit dem rechten winkel in ganz normalen kleinen winkel halten die hier gegen die platte dann seht ihr schon dass das hier nicht im rechten winkel ist vorne jetzt messen wir bis zur wand bis zu unserem fixpunkt sind 11,5 so 11,5 der zweite punkt müssen wir auch direkt messen weder den winkel drauf ob das jetzt hier krumm ist oder so das ist absolut egal noch interessiert uns das gar nicht es geht nur darum dass wenn die beplanken unser maß nehmen können von dem fixpunkt 11,5 ich hoffe ich erkläre das so dass er das auch versteht also ich muss den augen drauf geben ja und hier haben wir jetzt 51,1 51,4 51,4 also wenn ich jetzt diese wand beplanke also hier brauchen wir jetzt an den fächern erstmal nichts mehr zu machen außer dass natürlich jetzt noch festschrauben wenn ich jetzt hier eine platte drauf mache sehen wir keine nische mehr dann ist die weg jetzt gibt es die möglichkeit entweder ihr holt euch mit der wasserwaage das u 30 was ich jetzt hier montiert hat mit der wasserwaage rüber oder entstellt ein laser auf auf höhe genau auf das u und macht euch hier ein strich an die wand eine freie stelle an der wand und das mit jeder fläche das heißt einmal oben unten oben unten das ist jetzt die möglichkeit wie wir das rüber holen ich werde das auch mit laser machen dann mache ich mir mit dem laser hier jeweils ein strich auf die wand von beiden nischen aber ich filme das auch damit das klar ist ich will es euch nur erklären dann habt ihr das maß jetzt was ich gesagt habe mit dem winkel das ist ja die hintere kante deswegen ist die vordere egal wie die steht weil das ist ein fix maß und das bleibt das heißt also 11,5 bis 51,4 unten machen wir das gleiche der fix punkt habe ich hier drauf gemalt auf die wand damit wir dann auch von da aus immer messen weil jetzt möchte ich ja auch von da gehe wieder mit dem winkel genau bis dahin schreibt mir das maß auf das sind 37,6 37,6 andere seite da muss noch ein bisschen nach innen ich auch ganz dran bin noch nicht das ist jetzt schon so dermaßen stabil so das ist bei 79,1 79,1 79,1 so ich weiß es dauert lange menschen kommt er denn zum punkt aber ich kann es nicht ändern also wir haben uns jetzt die die maße der lotrechten rausgeholt winkel daran gehalten jeweils gemessen jeweils einen willkürlichen fix punkt gemacht von dem wir nachher auch wenn die platte drauf ist einfach wieder gegen die wand gehen wissen aha von da haben wir gemessen und dann haben wir unsere maße die öffnungsmaße können die nachher auf die platte übertragen machen uns dann strich auf beiden an beiden nischen neben unsere wasser waage machen uns den strich auf die platte wenn das alles verschraubt ist dann haben wir den schon mal und mit der wasser waage beziehungsweise mit dem mit dem laser oder mit der wasser waage holen wir uns auch die punkte rüber an die wand und haben wir dann den punkt wo unser u ist und dementsprechend schneiden wir die platte aus aber wie gesagt das zeige ich noch in dem im video jetzt im anschluss und zu der nische für den spiegelschrank kommen gleich nach wo den fixpunkt haben wir uns jetzt rüber geholt an die wand eine markierung gemacht dass wir von da aus das lot der nischen auf die platte übertragen können wenn sie drauf geschraubt ist jetzt geht es darum mit der mit den waagerechten brettern der nischen wie wir die am besten jetzt rüber holen ich habe jetzt mal den laser aufgebaut ich mache es mit dem laser das heißt ich glaube ihr seht den laser punkt jetzt ne ich mache jetzt erst den oberen also wenn ihr laser habt wäre natürlich schon ganz klasse dann habt ihr da wirklich habt ihr das maß hundertprozentig so das ist jetzt ein bisschen gefummelt sehr genau daran ich gucke mal ja so jetzt habe ich hier oben den laser punkt genau unter dem u30 markieren wir den auf die wand wenn ich nachher dann auch das maß habe ich könnte es jetzt auch vom boden messen oder von der decke aber das wäre zu ungenau deswegen mache ich es jetzt hier an die wand machen wir eine markierung drauf dass das die unterkante ist die auf das nächste maß einmal runter wieder genau gucken muss sich aus pendeln das macht er ja alleine so das stimmt auch jetzt hole ich mir hier das maß mach meinen strich drunter ich mache auch noch ein kreis drum weil hier ist jetzt so viel an den wänden ach das habe ich verkehrt rum gemacht passiert auch mir so oben unten jetzt habe ich das maß auch jetzt gehe ich die nische wieder tiefer jetzt hole ich mir da den deckel von oben beziehungsweise das brett so stimmt auch macht mir wieder mal ein strich auf die wand das ist meine oberer punkt der nische und jetzt gehe ich ganz nach unten ich muss den noch mal kurz abhängen ja 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 bis mal ruhig fahre jetzt auf den punkt ja das dauert ein bisschen bis das dann auch richtig stimmt aber es muss ja genau sein sonst bringt uns das nichts und ich habe eben mal geguckt das dauert ja vom film her ewig also ihr werdet verdammt viel gucken müssen um das nachzubauen aber so jetzt haben wir da auch unseren strich wunderbar jetzt mache ich mir hier noch eine markierung nische nische so jetzt habt ihr gesehen ich habe mir also die punkte auf die wand übertragen und dementsprechend kann ich jetzt von diesen punkten dann wenn die platte drauf ist den laser wieder anstellen gehe auf diese punkte die ich mir an die wand gemalt habe und habe genau meine waagerechten 100 prozentig da wo jetzt auch dieses profil ist und wenn ich das habe dann habe ich schon fast gewonnen dann seid ihr schon ein ganzes stück näher das gleiche machen wir natürlich dann wenn ihr was anderes baut an allen profilen das heißt das mache ich auch an den profilen an den u30 von dem spiegelschrank mache ich das gleiche übertrage das und bevor ihr irgendwie jetzt die platte drauf macht also mehr brauchen wir an beplankungen jetzt erstmal nicht zu machen das kommt dann später und bevor wir jetzt irgendwie ich mache den laser maus erblendet bevor ihr jetzt irgendwie irgendwas macht überprüfen wir noch mal hier den rechten winkel weil wir machen dann ganz einfach unten und oben eine schraube rein ins profil ins decken c und ins u30 um dieses profil ein bisschen zu fixieren das ist auch schon richtig rechtwinklig zu der nische steht also das muss nicht hundertprozentig sein das können wir nachher auch immer noch ein bisschen dollen wenn der ausschnitt gemacht ist dann können wir das noch was dollen oder halt mit der schraube die man reiten die wir reingeschraubt haben ein bisschen rausziehen zum fixieren nämlich die ich hoffe die sehen wir jetzt auch nämlich die kleinen schrauben die hat auch knauf das sind die 3,9 x 13 die nimmt man eigentlich um um profile zu verbinden die kann man auch nehmen wenn man eine decke macht in die direkt abhänger zu schrauben die gehen auch für die decken nehme ich aber lieber halt die texty dicken das wisst ihr mittlerweile aber die sind eigentlich zum verbinden der profile die schraube ich jetzt mal unten rein habe gerade den winkel überprüft der stimmt das gleiche mache ich auch oben aber sie dürfen auf keinen fall zu weit in der leibung stehen mit dem rechten winkel also hier stimmt es jetzt ganz genau dann habe ich die schon so fixiert wenn sie ein stück zurück stehen wäre sogar noch besser ich hoffe das ist auch relativ verständlich erklärt was ich hier mache so jetzt habe ich das profil das decken c oben einmal fixiert unten einmal fixiert die laibung stimmt so das ist okay das machen wir an allen langen profilen dass wir die oben unten fixieren dann können die uns auch nicht mehr weg rutschen wenn wir beplanken und dann ist es auf jeden fall besser bevor man nachher die beplankung von vorne wieder ab machen müssen weil ein profil total falsch steht und das wäre dann ärgerlich okay ich fixiere die jetzt mal und dann geht es schon weiter so freunde ich mache jetzt gleich die erste platte drauf ihr müsst das dann ja auch irgendwie einteilen also hier mache ich es jetzt so dass ich von der wand bis zur mitte von dem decken c an dem spiegelschrank gehe wie ihr das einteilt ist eigentlich euch überlassen wenn ihr jetzt eine lange wand habt zum beispiel eine wohnzimmer wand oder so dann könnt ihr ja das erste profil beziehungsweise das letzte profil auf 120 setzen dann habt ihr halt die die variokante abschneiden für an die wand oder halt alle 62 5 beziehungsweise so dass ihr klarkommt dass ihr beplanken könnt aber es geht ja jetzt hier auch nicht ums beplanken es geht ja darum wie baue ich die nischen also die aufteilung könnt ihr euch selber machen von den profilen auf keinen fall über 62 5 drunter geht natürlich immer und ja unten habe ich den ablauf von der dusche der steht ein bisschen höher dazu später aber den habe ich jetzt unten an der platte ausgeklingt und wir schrauben jetzt einfach die platte drauf dran denken natürlich ich habe hier so zwei alte bretter gehabt das ergibt jetzt eine stärke von knapp 40 millimeter das ist fichte also tanne und das mache ich hier rein weil hier meine duschabtrennung befestigt werden soll wenn die platte davor ist verschrauben wir das gleich und hier kann ich dann meine duschabtrennung einfach reinschrauben mit spack schrauben am besten weil es ist ja holz und auf der dusche steht diese duschabtrennung aus glas ja drauf das heißt hier ist eigentlich kaum belastung das ist nur damit sich nach rechts und links weg kann von daher wenn ihr irgendwas altes rumfliegen habt müsst ihr nicht neu kaufen können auch zwei dachlatten sein oder sonst irgendwas hauptsache es stimmt natürlich mit dem maß das natürlich auch die duschabtrennung befestigt werden kann so das stellen wir dann einfach nur so rein und verschrauben das gleich wie gesagt die platte habe ich jetzt schon vorgeschnitten auf 90 machen die hier rein auf dem boden habe ich mir die decken c angezeichnet wo die hochlaufen auf dem boden habe ich mir die decken c auf dem boden angezeichnet damit ich weiß wo ich von unten schrauben kann ihr könnt sie auch mit der wasserwaage machen dann halte ich die platte wie sie jetzt hier ist einfach daneben und habe mir jetzt einfach das profil angezeichnet also bis hierhin geht das profil kommt von oben das profil kommt von unten das muss ja nur ungefähr sein das seht ihr nachher wenn ihr verschraubt oder die wasserwaage halt an das profil beziehungsweise an die markierung unten gehalten habt könnt ihr euch die linie hochziehen aber so ist für mich wie weit ich jetzt runter schrauben kann und wobei wie weit ich hoch schrauben kann weil die decken c laufen ja nicht durch so ich stelle die jetzt mal da rein hier seht ihr genau ist mitte profil so jetzt wäre es ja auch schön wenn ich schrauben gehabt hätte und dann merkt ihr schon wie starr schon ist dass man überhaupt nichts rein drücken kann also das ist jetzt das profil was hier runter kommt das können wir ein bisschen tiefer schrauben ihr müsst noch nicht alles fertig schrauben so das ist das profil es geht ja jetzt darum dass ihr seht wie diese nicht zustande kommen da willst mich ärgern bin ich selber auch ein bisschen verrutscht jetzt mit den schrauben aber machen das läuft ja wieder komplett durch ja und viele von euch fragen auch immer dirk warum nimmst du keinen magazin schrauber ich habe magazin schrauber aber ich muss ehrlich sagen ich schaue lieber mit dem normalen hier gefällt mir besser das haben wir auch alles jetzt schraube ich da noch zwei drei schrauben und dann gehen wir schon an die an die nischen ausschneiden und dann könnt ihr gleich mal gucken wie es dann aussieht das schraube ich nachher alles fest sonst sprengen wir wirklich die zeit so das holz ist wichtig das holen wir uns jetzt vor drücken das ganz an das profil dran oder je nachdem was ihr macht wenn ich das vergesse zu verschrauben dann habe ich nachher ein problem damit die dusch abtrennung fest zu kriegen so und das ist jetzt schon richtig fest oder die ganze vorsatzschale also wenn ich hier drücke da gibt es absolut nichts nach und auch auf zug absolut nichts also ist bombenfest so jetzt machen wir es mit den nischen mit den anzeichnen was ich eben gesagt habe ich habe mir hier an der wand die maße aufgeschrieben von bis also hier hat man gesagt 11,5 bis 51 4 und die nächste nische haben wir gesagt von 36 37 6 37 6 bis 79 1 können auch im video prüfen die maße stimmen so jetzt habe ich schon meine seiten eingezeichnet die verbinde ich jetzt oder sie sie mir mit der wasserwaage im lot runter und gemessen habe ich dann wieder oder hat dann von diesem fixpunkt ziehe mir das runter andere seite genauso und ihr müsst natürlich eine gute wasserwaage haben die auch ziemlich genau ist sonst bringt euch das alles nichts also das sollte schon eine gute wasserwaage sein ich habe hier eine von meinem baustoffhändler sogar geschenkt bekommen bauzentrum schünke danke nochmal dafür dadurch dass ich hier so viele verschiedene produkte und so habe kann ich sowieso über das video werbung schreiben dann macht der name schünke baustoffzentrum in eidorf was heißt in eidorf in jetzt komme ich nicht drauf im buchholz auch nichts aus so die haben wir gezogen ich quatsch wieder nur hier die lotrechten haben gezogen mit den maßen von der wand fixpunkt fixpunkt die stimmen schon mal jetzt mache ich den laser an gehe wieder auf mein punkt an der wand die wir eben gemacht haben und so genau drauf und mit dem laser kann ich das jetzt genau einstellen so da auf dem punkt wo ich mir eben angezeichnet habe ist jetzt der laser das ist also auch der punkt der auf dem u30 ist warum das video zu gucken muss man schon echt viel zeit haben ihr wolltet so jetzt habt ihr angefangen jetzt guckt auch zu ende so jetzt gehe ich da wieder auf den punkt da ist er auch genau drauf das ist das gute bei dem laser dass der sich alleine ausrichtet jetzt nehmen wir uns schnell nach oben die zwei punkte moment der stimmt auch ganz genau also wenn er jetzt ein millimeter drin ist oder so das macht nichts das macht den brei nicht fett so jetzt nehmen wir uns oben den punkt noch moment ich bin noch da ich bin nur am gucken hier und ja da sind wir da genau auf der linie verbinden die zwei also man könnte auch ein machen mit der wasser waage rüber ziehen aber ich mache zwei dann haben wir auf jeden fall auch noch mal eine kontrolle ob es alles so richtig ist so dann nehme ich wieder meine wasser waage kann gleichzeitig überprüfen ob die waage stimmt stimmt also wenn die nicht stimmt dann stimmt mit eurem laser was nicht vorsichtshalber ein kreuz rein machen und schneidet dann nachher die falsche seite aus oder eine falsche linie aus der ist auch verbunden der ist auch verbunden und der ist auch verbunden so und dann kreuz rein jetzt seht ihr schon an der platte wo die zwei nischen entstehen dann nehmen wir uns ein stichling kennt ihr auch der stichling von mir ihr könnt es theoretisch auch mit der stichsäge aussägen ihr könnt es ausschneiden womit ihr wollt ihr könnt auch zehnmal mit einem cutter messer da lang gehen dann ist es auch okay so jetzt schneiden wir das mal aus so 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 ich habe jetzt eine seite geschnitten habt ihr gesehen einmal oben einmal unten und schneide hier jetzt nur ein cutter messer lang aus dem einfachen grund weil ich denke mal durch den stichling haben wir jetzt die die innenseite der laibung ein bisschen verletzt was aber absolut nichts macht und siehe da das passt richtig gut ja und so wird das dann mit allen anderen auch gemacht und aber zeige ich euch gleich die haben wir halt ausgeschnitten gleich können wir hier mit der wasserwaage überprüfen ob das auch wirklich in waage und genau parallel ist aber ich sehe schon das stimmt hundertprozentig jetzt machen wir noch oben die schnell einmal reinstechen und für die obere oder so könnte euch dann eine leiter nehmen wir natürlich dran kommt ich versuche es mal so so Und das ist natürlich der große Vorteil, wenn man beidhändig ist, kann man links und rechts, wie man möchte, schneiden. Oder auch nicht. Ich schneide auch ein. Ja, da scheint auch alles zu stimmen. So, ich hole euch jetzt gleich mal ran mit der Kamera, damit ihr das seht. Finger sauber machen. Mal die Kamera nicht versauen hier. So, jetzt guckt mal kurz. Da. Seht ihr, also da haben wir jetzt die Laibung was beschädigt. Das ist aber absolut egal, weil die ganzen Nischen müssen ja noch abgedichtet werden. Wenn hier oben so ziemlich rau ist, da gehen wir noch mit dem Sofformhubbel drüber. Und ihr seht, wir wären halt da nicht mehr dran gekommen, um die Schienen richtig zu befestigen. Deswegen habe ich die jetzt zuerst gemacht, weil das viel einfacher ist, als wenn man die im Nachhinein noch da reinsetzt. Weil dann wird es wirklich kompliziert. Und so habt ihr das alles schon. Und ihr könnt euch halt an der Wand dann genau überlegen, wie ihr es haben wollt. Dann seht ihr das auch. Ja, das ist eigentlich das Prinzip der Nischen. Wie gesagt, ich schleife die jetzt hier noch schön glatt. Wenn jetzt hier eine Kante entstanden ist, also hier wird jetzt noch mal überprüft mit dem Winkel, ob das stimmt. Also die Laibung hier, das können wir noch ein bisschen wegschleifen. So könnt ihr das dann bearbeiten. Ich zeige euch gleich noch, wie die Deckel, wie das aussieht, wenn die drinnen sind. Also einfach nur eine... Ach, nein. Ihr müsst ja noch ein Profil schneiden. Ach, Freunde. Also hier auf der Wand, auf der Platte, fehlt uns ja jetzt ein Profil. Das heißt, wir schneiden uns jetzt einfach ein Profil 41, setzen das hier drauf, verschrauben das und haben dann unsere beiden Auflagen für die Laibung. Und oben natürlich genauso, auch ein Profil drauf, auch verschrauben und wir haben unsere Laibung für oben und das machen wir überall. Und nach dem Prinzip könnt ihr wirklich überall so Nischen bauen, egal ob im Wohnzimmer, als Wohnzimmerwand, im Badezimmer, im Schlafzimmer, ist egal. Also ihr könnt Fernseh einlassen, wenn dahinter natürlich dann eine dementsprechende Belüftung ist mit dem Fernsehen. So kann man es überall machen. So können wir theoretisch auch in der Küche eine Küchenwand mit erstellen. Und ihr seht, also das ist wirklich bombenfest und da tut sich nichts mehr. Ja, ich zeige euch, wie gesagt, gleich noch, wie die Nischen fertig aussehen und dann gehen wir nochmal mit der Kamera dran. Ich habe jetzt die Profile auf die Breite geschnitten. Dann nehmen wir eine Wasserwaage, halten die hinten auf das Profil drauf und überprüfen die Waage, ob das stimmt. Und das stimmt hier hundertprozentig. Jetzt müsst ihr dann beim Schrauben ein bisschen festdrücken, damit ihr da das Profil nicht wieder verrutscht. So, andere Seite genauso. Beide Seiten überprüfen. Wasserwaage weg. Ihr seht jetzt meinen entzückenden Rücken. So, schön verschrauben. Und das muss, also wenn ihr das macht, auch nicht so hundertprozentig perfekt sein. Weil hier haben wir jetzt ein Badezimmer und die ganzen Nischen müssen auch wirklich noch eingedichtet werden. Mit dem Eckenband, mit der Flüssigfolie. Also muss alles komplett eingedichtet werden. Dann seht ihr hier sowieso nichts mehr. Und es wird ja gefließt, von daher seht ihr nichts mehr. Diese Nischen gibt es auch als fertige Elemente aus Edelstahl und alles mögliche. Also die gibt es auch schon fertig. Aber wie gesagt, ich zeige euch ja heute, wie ihr es selber bauen könnt, wie ihr Geld sparen könnt. Und deswegen machen wir es. Dann habt ihr ja die ausgeschnittenen Teile, die wir hier rausgeholt haben. Das heißt also, das war von der Seite. Das heißt also, das müsste jetzt so genau hier reinpassen. Vorführeffekt. Das ist sehr stramm. Ich hobel jetzt hier mal ein bisschen ab. So. So. Staub runter machen, damit es auch schön aufliegt. Passt ganz genau. Das Problem ist ja auch, wenn ihr die Nischen zu klein macht, dann müsst ihr mit dem Winkelschrauber arbeiten. Und den Winkelschrauber benutzen. Dann passt ja der Schrauber hier nicht mehr rein. So, jetzt habe ich das hinten festgeschraubt. Jetzt kann ich die direkt abknicken. Rausschneiden. Und dann verschrauben. Dann sehe ich auch genau, wo ich schrauben muss. Die Seite dürfte jetzt zu klein sein. Schade. Wäre ja zu schön gewesen. Hätte ja passen können. Dann schraube ich die jetzt mal fest. Von vorne kommt man natürlich gut ran. Hinten ist schon ein bisschen problematischer. So, und das gibt ja jetzt auch nochmal zusätzlich eine Aussteifung, weil wir mit dem hinteren Ufer schrauben und dem vorderen. Also das ist auch komplett starr. Und so starren wir uns das aus, soll ich gerade sagen. So wird das halt alles starr. Dann gehen wir natürlich auch wieder über die Kante mit unserem Formhugel. So, und nach dem Prinzip, wie ich das gerade gemacht habe, Ufern rein, Wasserwaage, das sollte natürlich schon stimmen. Und dann können wir das verschrauben. Das machen wir mit dem oberen Deckel und mit der Ablage, Ablage, Deckel. Einmal ringsherum. Und dann habt ihr eure Nischen fertig. Wenn die Rückwand stark puckelig sein sollte oder, also wenn gefließt wird, ist es ja sowieso Wurst. Dann kommt die Schlemme drauf. Dann kommt der Fliesenkleber drauf. Dann können wir 8 mm, 10 mm nehmen. Schön auf die Fliese drauf. Schön ausrichten, dass ihr hier parallel seid. Und dann ist es egal. Oder ihr klebt halt auch eine Regipsplatte drauf. Im Perlfix-Verfahren, im Batzenverfahren. Und habt dann auch eine schöne Rückansicht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch eine Wohnwand macht oder so, dann habt ihr da auch eine saure Fläche. Wie gesagt, das machen wir bei allen Fächern so. Und dann sind die Nischen eigentlich soweit fertig. Die Nischen sind fertig. Fertig für den Weiterbau. Also, wie gesagt, ich mache ja hier Fliesen rein. Wenn dann hier Fliesen oben drauf kommen, die werden dann mit Neigung natürlich reingeklebt, damit wenn Wasser reinkommt, auch Wasser ablaufen kann. Deswegen muss auch abgedichtet werden, damit das natürlich alles dicht ist. Wie gesagt, dran denken. Auf jeden Fall überlegen, wo wollt ihr irgendwas aufhängen oder wo soll was befestigt werden. Wie gesagt, hier habe ich jetzt Holz reingemacht. Hier kommt die Duschabtrennung, gegengeschraubt. Dann wird das natürlich vorher alles gefließt. Dann erst die Abtrennung dran. Und ja, Beplankung, das mache ich fertig. Hier auf der Seite mit dem Spiegelschrank werde ich auch noch filmen. Aber das schon mal vorab, weil sonst wird es wirklich zu lang. Die Videos, dann guckt die keiner mehr. Dann habt selbst ihr keine Lust mehr. Auch für den Samstagabend, nicht? Dann wollt ihr euch mit mir nicht noch rumschlagen. Ja, wie gesagt, das wird ein separates Video für den Spiegelschrank. Wie jetzt Nischen gebaut werden, wisst ihr. Ich glaube, das war es von meiner Seite erst mal. Und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, in den Kommentaren könnt ihr gerne nachfragen. Es sind auch noch andere Spezialisten unterwegs, die auch manchmal die Fragen beantworten. Auch sehr gut. Oder ihr kommt in meine Facebook-Gruppe. Oder ist alles verlinkt. Oder bei Instagram, wo ich dann täglich auch sowas hier poste als Bilder. Oder einen kurzen Film dazu mache. Ist eigentlich auch immer interessant. Ansonsten, Daumen nach oben. Oder wenigstens so, weil das Video wieder so lang geworden ist. Und vergesst die Glocke nicht anzumachen. Bleibt am Ball. Wie gesagt, es geht weiter mit dem Spiegelschrank, mit der Konstruktion, mit der Decke, indirekte Beleuchtung, mit LEDs unten rein. Vorsatzschale, habe ich schon gemacht, das Video. Die Dusche wird noch eingebaut. Da könnt ihr gerne dabei sein und zu gucken, wie es gemacht wird. Hier kommen noch Balken unten rein für den Waschstisch, dass der auch richtig bombenfest ist. Weil hier kommen nur so Eichebretter. Kein Unterschrank, sondern Bretter. Wie man das macht oder wie man es machen kann, wie ich es mache. Ansonsten, schönen Tag noch, schönen Abend noch. Bis dann, euer Dirk. Tschö. Tschö.